Willkommen zurück. Mordi, du musst mir natürlich schnell die Werte geben. Okay, ich hoffe, es ist jetzt alles... Ich hoffe, ihr habt jetzt alles schon geklärt. Wir sind jetzt nämlich gleich lustig. Was ich habe dir gesagt? Du vergesst, das aufzuschreiben, ist das nicht mein Problem. Dann habe ich es nicht gehört. Dann sagst du mir doch mal. Du hast gesagt, du generierst mich schnell. Dann habe ich gesagt, gut, ich warte. Ich habe es dir aber gesagt und wird in eurem Gespräch untergegangen sein. Wir haben ganz entspannte ASMR-Strandmusik im Hintergrund. Das läuft ja alles. Das ist ganz ruhig. Ich muss jetzt erst mal Licht anmachen. Entschuldigung. Ach, das habe ich schon. So, damit willkommen zu Pen & Paper. Sufura, Teil 4. Die Schrecken des Weltmeeres. Ja, so mit mir sind wir jetzt dabei. Modi als Spielleiter. Dann haben wir hier die Charaktere Nimos. Kalou-Mehl. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Kaito, und Kaito wahrscheinlich. Unten einen Blitz zu sehen im Hintergrund. Eine bunte, wilde Truppe. Das ist der Max, den kennt er schon. Der war schon öfters hier. Meine Wenigkeit dürfte man auf meinem Kanal auch kennen. Modi muss ich auch nicht vorstellen. Aber zwei neue Stimmen sind hier zu hören. Hoffentlich sind sie zu hören. Technisch ist ja das, bei Twitch liefst du immer ein bisschen merkwürdig. General Strohgut. Haben wir hier einen Discord-Namen. Und der andere Discord-Namen hier heißt Pathfinder. Freunde von Adobe Illustrator Tutorials, dürfte das gefallen. Aber du musst. Schmerz beginnt. Ja. Dann seid ihr in der richtigen Stimmung für diese Runde Pen & Paper. Ich hoffe, dass das Rauschen ist jetzt im Hintergrund nicht zu... Also, dass das Meeresrauschen ist nicht zu unkündetrant. Und wir sind alle zu hören. Wenn doch was nicht stimmt, schreibt es in den Chat. Falls jemand da ist, sollte man da mal in den Chat schreiben. Die Sache. Ob das passt. Okay, das Rauschen wird letztlich mal... Mein Kopfhörner ist, dass man ein bisschen lauter zum Stream dann wirklich. Du bist auch sehr empfindlich. Das wissen wir, das fällt in deinen Streams irgendwie auf. Ich bin auch immer empfindlich und das ist dann... Stell die Musik hoch. Dein Ernsthaft, stell die Musik einfach so laut, dass es das gerade ein bisschen übertönt ist. Es ist ja sehr leise. Momentan ist keine Musik. Momentan haben wir nur ein entspanntes Rauschen. Aber... Wird schon gehen. Ich sehe das dann im Schnitt immer. So, wir haben hier ein schönes Hintergrundbild von dem Meer. Ja. Ja, Mordi, willst du irgendwas zum Abenteuer sagen, wo... Was jetzt... Was bisher geschah irgendwie, was... Machst du dann als Einleitung wahrscheinlich dann in der Runde beginnst. Ja gut, was bisher geschah ist gut. Wir haben beim letzten Mal quasi die gesamten Spieler verloren, wie sich gezeigt hat, jetzt plötzlich. Wir haben eine komplette neue Zusammensetzung. Ihr seid eine komplett neue Besatzung und ich habe mal die Geschichte spontan etwas umschreiten müssen, damit wir woanders starten. Aber sonst... Okay, das beschreibt mal, also... Das, wie es losgeht, beschreibt mal dann, wenn es losgeht. Aber die Charaktere würde mich mal interessieren. Die können wir in der Prischau mal schon mal... Ich meine, die werden mal durchs Spielen kennenlernen, aber... Können wir irgendwie mal beschreiben... Also zumindest mal kurz, was für Charaktere spielen wir dann heute. Fangen wir von rechts nach links an, würde ich sagen. Dann komme ich zum Schluss. Also, rechts ist der... Der oder die Magierin oder der Magier. Ach, was riechtest du dich gerade? Auf dem Bildschirm, auf dem Hintergrundbild. Da haben wir von rechts nach links sortiert. Zauberfarben. Nee, ich sag, deswegen sei es euch doch... So rechts im Bild steht der Magier, würde ich sagen. Der mit dem Zauberstab, mit dem großen... Das ist der... Daneben steht ein Ninja mit einer Armbrust. Dann kommt ein Kampfzwerg und danach kommt ein kleiner Hobbit. Ja, mit Zwergen habt ihr ja sehr gut Erfahrung gemacht, beim letzten Mal. Ey, sie waren die Unterhaltungsstanz der Rasse eindeutig. Sind sie noch? Ja. Gut, dann... Ich glaube, wir haben uns die beste... Wir haben uns das beste Szenario ausgesucht, um Zwergen zu spielen. Nicht. Du solltest ganz okay sein. Max, von dir weiß ich... Max, von dir weiß ich, dass du den Zwerg spielst. Deswegen... Magier beginne an. Sag, wer du bist. Magier, wer bist du? Ich bin Kalunier. Ich bin... Ein halb elf. Ein junger, ambitionierter Magier, der sich der Alchemie verschrieben hat. Und der angetrieben wird, neue magische Gegenschäme zu finden. Und zu erkunden. Alles weitere gibt sich, würde ich sagen. Ja. Du wirst wahrscheinlich diesem Stream ein bisschen lauter sprechen müssen. Ich habe dich jetzt schon ein bisschen... Aber bei dieser Truppe... Bei uns, bei mir und Max zumindest... Ich habe dich gerade schon höher gestellt. An der Lautstärke, aber sollst du vielleicht ein bisschen... Bei uns nicht flüstern. Ich gucke, dass ich jetzt auch... Als kleinerer hat es. Gut, dann haben wir... Dann haben wir noch wen anders, ähm... Direkt daneben... Ein arm Brustkämpfer. Ähm, ja... Ich bin ein diebischer Attentäter. Also... Ich habe schon immer gerne geklaut und... Wenn ich dabei nehme, auch noch ein bisschen Geld verdienen kann, wenn ich dann jemanden ausschalte. So ganz still und heimlich. Ist das eine feine Angelegenheit. Geld ist doch das Schönste auf der Welt. Käpt'n Iglo wagt sich aufs eisige Meer und... Ja, natürlich. Das sagt eigentlich alles. Dieser Stream wird nicht gesponsert. Ich habe nach wie vor Werbung drin. Ja, und sämtliche, äh... Ja, Gewinne gehen irgendwie an mich. Dieser Stream wird nicht gesponsert, aber ich mache Schleichwerbung. Ja, ja. Ja, irgendwie schon. Koffen Sie sich YouTube Premium. Ich bin Nimo Steinfaus und ich bin ein Zwerg vom Clan der Kupferzwerge. Und, ähm, ja. Ich, äh, habe mich Osnoide hier angeschlossen und hoffe, wir haben eine schöne Reise. Ja, ähm, und... Mein Charakter nennt sich, ähm... Ruby. Stolzknopf. Ähm... Eine lange, eine lange vor Geschichte, ähm, aber... Letztendlich über viele Umwege zu... Ähm, zu dem Job gekommen, den ich gerade mache, ähm, das... Das ist... Mein Könns... Man wird zweitgefasst als... Als, ja... Bürokrat bezeichnen. Das ist, ähm... Ich lege... Also, ich lege... Ähm... Ich verkaufe Sachen. Ich bin auch da, wenn ihr irgendwelche Umkunden braucht. Wenn ihr mir irgendwie, äh, irgendwelche rechtlichen Dokumente aufsetzen wollt, bin ich euer... Frau, ähm, und da... Ich bin entsandt worden als... Als Händler... Ähm... Buchhalterin, ähm... Also von der, von der Heiratsukunde bis hin zum Haus... Hauskauf, ähm... Da kann ich, da kann ich euch weiterhelfen, was die... Was die, äh... Fumularien angeht und... Alles natürlich für seinen Preis... Als hat sein... Sein Preis und die Dienstleistung muss natürlich auch... Bezahlt werden und... Aber... Wenn ihr Rat braucht in rechtlichen Sachen... In Streitereien oder wenn es halt irgendwie... Um... Sachen gibt... Sachen geht's, die irgendwie... Dokumentarisch festgehalten werden müssen... Nämlich eure... Kauffrau... Ähm... Hobbits... Aus weit entfernten Landen... Übers Meer... Hier hingekommen... Und jetzt bin ich mal gespannt, hoffe ich, äh... Was für eine Truppe ich hier treffe heute... So schaut's aus... Und mein... Und moin... Cool... 2070... Willkommen im Chat... Uh... Wir haben Zuschauer... Yay... Wir haben ne Zuschauer... Ähm... Das erste Mal... Schon mal... Ich seh's auch gerade... Das erste Mal... Ja... Hey... Willkommen... Sagen wir das ist dein Zweitname... Das bin ich... Aber... Ähm... Schon mal so als... Als Warnung... Ähm... Schon mal so als Warnung... Ähm... Es gibt immer ein paar Löcher, die zuschauen... Das ist durchaus durch Lust... Und... Und Sarah guckt auch zu... Ähm... Wenn's... Wenn Leute was im Chat schreiben... Wir werden heute nicht auf den Chat eingehen... Ähm... Weil wir mit... Weil ich mit Gameplay... Also ich werde nicht auf den Chat eingehen... Und die anderen werden im Chat wahrscheinlich nicht lesen... Ähm... Weil ich mit Pen & Paper beschäftigt bin... Ja... Ähm... Es geht weiterhin ums magische Relikte sammeln... Oder... Nein... Nicht... Nicht mehr... Das habt ihr hinter euch... Da habt ihr versagt... Falls es da jemals drum ging... Schade... Ging es mal... Ihr habt versagt... Ah ja... Also wir kriegen noch eine L-Quest... Da bin ich ja gespannt... Ja... Gut... Ich sag dann einfach... Wann wir anfangen... Wahrscheinlich wieder so um halb... Wie üblich... Ähm... Ja... Ähm... Gibt es denn noch allgemeine Fragen vorher? Ähm... Hat Max jetzt seinen Körper zusammen... Und seine Körperwerte... Oder muss da noch was machen... Ja... Von dir brauche ich gerade noch ein... Zwei Infos... Ähm... Den Rest kriegen wir alles irgendwie zusammengefasst... Keine Sorge... Gibt es eine kurze Zusammenfassung... Was bisher geschah? Das machen wir gleich... Wenn es los geht... Ähm... Ich würde aber auch eine kurze Zusammenfassung geben... Ich würde aber jetzt... Bevor wir loslegen... Mal tatsächlich mal... Wir können auch ein paar Minuten quatschen... Ähm... Aber ich würde dann tatsächlich mal... Zumindest mal eine 5-minütige Pause... Von... Bis 18.30 Uhr machen... Ähm... Damit wir... Damit ich mal kurz... Meine Notizen angucken kann... Damit ich Morty noch ein paar... Hintergrundinfos gehen kann... Die er gerade erfragt hat... Und... Dass dann... Dass alle sich so ein bisschen nochmal... Wiederholt sich nochmal... Getränke an den Tisch... Und... Und... Organisiert sich irgendwie noch... Seine letzten Sachen... Das war dann... Wie immer halt... Alle... Um 18.30 Uhr... Loslegen können... Ja... Ich habe mir übrigens erlaubt... Ein paar Details anzufassen... Von der Geschichte... Spontan... Um irgendeine Motivation... Reinzukriegen... Na ja... Gut... Dass ich das nicht weiß... Das schreibe ich dir dann sofort... Ich würde schon gerne meine... Die Geschichte schon irgendwie wissen... Dann würde ich das dann... Ich meine... Muss man mal gucken... So spontane Änderungen sind natürlich... Ich weiß nicht... Ob ich die ausspielen werden kann... So habe ich noch Fragen... Ich glaube nein... Zu meinem Charakter nicht wirklich... Wir haben eigentlich im Vorhinein alles schon geklärt... Ein Inventar ist vergeben worden... Meine Gärter habe ich voll... Dazu dann noch... Wenn ich das richtig verstanden habe... Sind ja einige jetzt schon... Ein Stück länger dabei... Das heißt... Die haben dann theoretisch schon ein bisschen... Erfahrenere Charaktere... Nein... Nein... Haben wir nicht... Ah ok... Nicht wirklich... Sonst nicht wirklich... Ja beim letzten Mal... Hatten wir ein recht offenes Ende... Ob... Irgendwer wirklich überlebt hat oder nicht... Beziehungsweise... Einer hat überlebt... Ist aber abgehauen... Wehe... Mein Ork ist tot... Ey... Der letzte Stand war... Ihr seid alle friedlich eingeschlafen... Vielleicht treffen wir ja auch... Nein... Wir sind alle friedlich abgehauen... Durch ein Portal oder nicht? Nein... Er ist abgehauen... Er hat noch... Gefesselt und gefangen... In Feind... Sie ist abgehauen... Die greide ganz Sachsen... Zerstört haben... Das war's... Ja danke... Also meine Elfenkarte... Der ist am Ende abgehauen... Ähm... Ja... Das war eine Sieben... Wir wissen auf jeden Fall... Das alle noch 100%ig tot ist... Mal schauen... Ob wir vielleicht... Vielleicht... Sie meinen anderen... Bekannten Karte... Diesmal wieder... Ja... Ich meine... Das ist inoffiziell... Vielleicht treffen wir... Einen Charakter heute wieder... Den einen oder anderen... Einen werdet ihr definitiv treffen... Aber ich weiß nicht... Ob es euch gefallen wird... Na... Mal schauen... Wen... Ich glaube... Ich habe da so eine Ahnung... Das Bild von... Vielleicht jemand... Dessen Bild ich nicht gelöscht habe... Wäre ich mir nicht so sicher... Ja... Das Bild von gerade eben... Ja... Gut... Ansonsten... Ähm... Kurz noch... Ähm... Pen & Paper ist allen Spielern... Zumindest klar... Aber... Ich würde mal sagen... Ganz knapp... Erklärung für die Leute... Die wirklich zum ersten Mal entscheiden... Die anderen können jetzt mal weghören... Ähm... Darf ich übernehmen? Wir haben nämlich... Kannst du gerne... Kannst du gerne machen... Erklär mal das System... Was ist Pen & Paper überhaupt? Was machen wir hier? Ähm... Halte ich für einen Skandal... Dass Leute jetzt das erste Mal... Das eine reingucken... Das... Also... Die ganzen... Das tut auch... Das tut auch herzlich weh... Wenn ihr... Dann habt ihr... Die Herrschaft der Schatten... Spaceshift... Das Gesetz... Das habt ihr... How to kill a Santa... Das ist... Ja... Die ersten... Die ersten Folgen von Suffora... Die ersten Staffeln von Suffora... Nicht geguckt... Das ist ja... Das wäre skandalös... Das müsst ihr nicht unbedingt nachholen... Das ist... Sehr Early Access... Nennen wir es mal... Doch unbedingt... Also... Vor allem... Die Herrschaft der Schatten... Teil 3... Das müsst ihr unbedingt gucken... Oh ja... Das war so... Das war... Das System... Das war ein Highlight... Ja... Okay... Stimmt... Das... Das ist nicht immer noch sehr lustig... Ja... Was... Was machen wir denn hier... Was ist... Was haben wir... Was ist Pen & Paper... Und... Wie funktioniert das System... Modi... Also... Jeder von den hier anwesenden Leuten... Hat einen Spielercharakter... Diese Spielercharaktere haben gewisse Werte... Das sind... Stärke... Geschick... Charisma... Wille... Ähm... Intelligenz... Und... Wahrnehmung... Auf diese Werte wird gewürfelt... Wenn das Würfelergebnis... Mit einem hundertseitigen Würfel... Unter dem Wert ist... Den die Spieler haben... Ist... Eine... Gewisse Aktion... Die sie ausführen wollten... Gelungen... Zusätzlich... Gibt es die Möglichkeit... Spezielle... Fähigkeiten... Zusätzlich zu haben... Das wäre zum Beispiel... Du kannst besonders gut reiten... Dann kriegst du einen gewissen Bonus... Darauf... Das nennen wir hier... Skills... Das bedeutet... Der allgemeine zu... Unterwürfelnde Wert wird höher... Dann kann es aber natürlich passieren... Dass du... Es eben nicht schaffst... Das zu... Unterwürfeln... Dann... Hast du es... Nicht geschafft... Außer... Du entscheidest dich dafür... Items zu opfern... Das heißt... Sie verschwinden aus dem Inventar... Und... Du spielst aus... Wie du sie verloren hast... Oder wie du sie verwendet hast... Dann kannst du das Ergebnis... Im Nachhinein... Um einen gewissen Wert verbessern... Das ist jetzt zum Beispiel neu... Außerdem... Kann es sein... Dass man ihn... Durch besonders gutes... Rollenspiel... Oder durch... Besonders... Besondere... Gegebenheiten... Wie zum Beispiel... Du hast den Gegner eingefroren... Bevor du ihn... Angreifst... Gewisse Vor- oder Nachteile... Hast... Dann... Würfelt man zusätzlich... Ein... Zwei... Oder drei... Zwanzigseitige Würfel... Und das Ergebnis... Wird entweder... Zu dem Wurf hinzugefügt... Oder davon abgezogen... Sollte... Der Wert... Über 100... Erreicht werden... Oder unter 0... Dann passieren... Lustige Sachen... Allerdings... Für gewöhnlich... Spielleiter... Lustige Sachen... Die Leute... Die sich auskennen... Wissen was das heißt... Wenn man unter... Unter 0 wird... Dann overpowered... Potenziell... Und über 100... Kannst du direkt sterben... Vielleicht... Wenn du Pech hast... Ich weiß... Ja... Ne... Ich meine... Unter 0 hatte ich ja schonmal... Ja... Und andere haben schon... Über 100 gewürfelt... Gewürfelt... Und von einem Tisch getötet... Oh... Das klingt... Erinnerst du dich nicht... An den letzten Bossen... Oder von dem Fenster... Ja... Das Fenster war... Das Fenster war... Ein glücklicher... Unglücklicher Zufall... Du bist... Das Fenster... Aber fast... Ja... Das war fantastisch... Dass wir dem einen Platz... In meinem Herzen haben... Das Fenster war großartig... Ja... Das kann immer noch passieren... So... Ich guck mal grad... Ob ich noch die... Irgendwo das zusammenkriege... Hier... Mach... Erzähl mal weiter... Ja... Das war's eigentlich... Das ganze System... Ich kann nur erzählen... Was bisher so geschehen ist... Das machen wir gleich... Ähm... Zwei Minuten Pause... Ähm... Also Fakt Nummer 1... Ihr habt einer... Den legendärsten Orks verpasst... Zack... Ja... Der kompetenter war... Als ich selbst erwartet hätte... Also Mordi... Ich muss sagen... Ich hätte auch ein paar Mal erwartet... Dass ich gestorben wäre... Fast... Aber es ging dann doch immer recht gut... Aber auch einfach nur... Weil ich gutes Sozial hatte... Achja... Übrigens... Ihr könnt auch nicht mehr sterben... So wirklich... Ihr werdet nur deutlich schwächer... Schade... Ja... Also ich meine... Ihr könnt sterben... Wenn ihr's wirklich verkackt... Aber... Wenn ihr auf Null seid... Dann seid ihr den Kampf ausgenockt... Und wenn einer überlebt... Dann wacht ihr wieder auf... Aber ihr habt... Zum Beispiel... Äh... Mali... Ja... Ja... Ihr werdet schwächer... Das finde ich ganz angenehm... Dann kann's mir nicht mehr passieren... Lass ich aus Versehen... Die ganze Party töte... Ja jetzt... Ich hab... Ich hab den Boss falsch skaliert... Ich möchte aber einige Bosse... In meinem Leben falsch skaliert... Hier... Verstehen... Ich muss mal ganz kurz aufstehen... Und die Tür zumachen... Moment... Okay... Hier klingelt gerade mein Wicker... Das ist fantastisch... Body... Ich möchte das hier... Der ist gerade zur Tür gegangen... Oh ja, sorry... Na... Du bist ne Boss... Ich will kein Boss... Ich hab... Ich hab einen ganzen tollen Charakter auf Ding... Auf Hero Forge... Mal erstellt bei mir langweilig... Ich glaub... Ich glaub... Jetzt ist es zu spät... Noch irgendwelche Boss... Empfehlungen einzureichen... Wenn du Empfehlungen hast... Ich bin offen... Wenn du dir irgendwas Spezielles wünschst... Für die Zukunft... Schau dir das Bild an... Sei offen... Für die heutige Gründe... Nein... Wow... Ich mein... Es ist möglich... Aber... Wow... Wie hast du das geschafft? Äh... Mir war ein bisschen langweilig... Und ich hab... Äh... Ja... Ich hab ein paar Dinge... Auf Hero Forge... Weil mir langweilig war... Und ja... Das ist... Das ist ein... Zombie-Skelett... Der auf dem... War... War... Reitet... Mit einer Minigun... Das hört sich auf jeden Fall interessant an... Absolut legitim... Habe ich sowieso schon gesehen... Ganz eindeutig... Schön, dass wir jetzt Sachen beschrei... Äh... Sachen... Vergehen... Die im Stream nicht zu sehen sind... Das ist immer sehr... Das ist sehr spannend für den Zuschauer... Wenn wir jetzt über... Über Sachen reden die... Ja... Weil ein bisschen die Fantasie anregen... Vor allem die Bezeichnung Mini-Boss dafür... Finde ich gut... Warte... Der eigentliche Boss war das hier... Das, was ich schon sp... Früher geschickt hatte... Warte... Der hier... In was für einer Welt willst du die verwenden? Die habe ich schon verwendet... Also ohne den Wark... Aber die habe ich beide schon verwendet... Sie haben das friedliche Weg genommen... Ja... Ach das ja... Okay... Interessant... Auf solche Ideen käme ich gar nicht mehr... Ja... Gut... Äh... Bei den Mini-Bossen... Natürlich ohne Minigun... Das war nur ein Boxkampf gemeint... Aber trotzdem... Ach du... Bosskämpfe können auch... Äh... Boxkämpfe können auch sehr übel werden... Ja... Aber das war ohne Minigun geplant... Ja... Währenddessen... Ich habe... Ich habe für gewöhnlich solche Charaktere... Wie ich spiele... Weißt du wie das aussieht? Der Mappezauberer... Weißt du noch... Ja... Es war auch genau das... 2000er Klingeltonzeit... Ja... Auch genau das... Das war teilweise die Inspiration... Ich finde den immer noch gut... Ich hoffe der hat auch so einen schönen Klingelton-Song dazu bekommen... Leider nicht... Ich habe zu wenige... Ich habe zu wenige Stimmverzerrer dafür... Die ich aktiv benutzen möchte... Dafür gibt es doch bestimmt auch eine AI oder sowas... Ja klar... Ich kann es Obama einsprechen lassen... So ist nicht... Ja... 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 Damit muss ich mich aber noch befassen... So... Geht's 35 los? Oder... Oh... Das würde mich Mordi... Wahrscheinlich nicht mehr spielen lassen... Scheinbar... Eine vier arme... Miggi-Schlange... Auch... Spricht prinzipiell nichts dagegen... Oh... Ich sehe hier krass... Gerade was in dem Chat gepostet wird... Zum Glück kann der Steam das nicht sehen... Ähm... Ich sehe da kein Problem... Ich sehe da nur sehr kreative Bosse... Ja... Würde... Wird auf jeden Fall sehr spannend... Die sind Bossen... Das wäre eine bobe Freude... Ja... Ja... Definitiv... Das stimmt... Die Bossfight... Die Pet... So... Dann würde ich mal sagen... Ja... Bevor wir hier weiter Bullshit reden... NPC... Wettlesnake... Rattlesnake-Zuhälter... Da braucht der Spielleiter noch weitere Informationen... Von irgendwem... Von meiner Seite aus... Oder... Nein... Prinzipiell nicht... Für den Rest... Die keine Hintergrundgeschichte mir gegeben haben... Vorher... Achso... Ja... Ich hab's... Überhaupt... Ja... Für euch... Hab ich sowieso... Und spontan eine... Ihr seid mehr oder weniger einfach da... Cool... Das reicht mir... So zu zeichnen... Das reicht den meisten... So... Müsste passen... Muss mir halt einen Spieler für Emotional Damage reichen... Emotional Damage... Mit Einspielen... Im Schnitt... Es gibt einen... Es gibt einen Grund dafür... Emotional Damage... Er wird... Ja... 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 Ich suche schon den Kipp aus... Sehr gut... Im Schnitt... Mal eine Sache kurz in den Chat schicken... Dann... Bin ich sofort bereit... Ankommen... Komm ich jetzt schon... Von mir aus können wir loslegen... Ich öffne mal meine Hintergrundgeschichte... Gib mir grad noch 30 Sekunden... Wenn hier alles laden würde... Mein Gott... Boah... Ich brauch echt dringend ein neues Handy... Die hilft... Ein Viertel von dem Screen ist schon komplett schwarz... Einfach nur noch... Das ist ja großartig... Ey... Warte was... Du hast mein Handy noch nicht gesehen... Das ist äh... Genauso... Aber weißt du was... Ich werd's so lang nutzen... Bis das nicht mehr funktioniert... Ich auch... Weil ich telefonier eh nur damit... Und höre Musik... Das war's... Ich bin Geschichten... Ich hab halt meine Daten da drauf... Und da... Ja... Auch... Ja... Das hab ich auch... Aber... Hey... Kann man doch rüberziehen... Kann ich die irgendwie retten... Bestimmt... Vielleicht... Oder auch nicht... Ja... Egal... Ja... Gut... Ich schick' euch einmal dieses Bild... Und dann fangen wir direkt an... Und ja... Ohne Kontext... Ich seh's noch nicht... Es ist mir hier... Luigi... Aha... Im Discords... Das war jetzt sehr zwecklich nicht... Ja... Entschuldigung... Es war nötig... Ich muss ab und zu... In meinem Leben mal... Einen fotorealistischen Luigi schicken... Das ist einfach nötig... Kenne mich schon... Der ist so gut... Schon der Rest nicht... Luigi... Der andere war aber besser... Ich weiß nicht mehr was es war... Aber das andere war besser... Das war noch verstörender... Ah ja... Ist so genug von... Genug von Zeug reden... Was der Chat nicht sehen kann... Ähm... Ich kann's auch einblenden... So ist nicht... Nein bitte nein... Bitte verstöre meinen Chat nicht... Ach welcher Chat... Exakt... Ich hab's leider nicht auf dem Rechner... Das kann ich so gar nicht tun... Das muss ich... Das muss ich nur wieder rausschneiden... Und das ist... Ne... Bitte nicht... Wieso rausschneiden? Das ist kein Copyright Verstoß... Das ist einfach nur wirklich falsch... Auf sehr viele... Verschiedene Arten...